Eigentlich haben wir heute zwei Feste, die wir hier feiern. Also einmal feiern wir hier unseren lebendigen Adventskalender. Heute ist der 22. also schon fast alle Türchen offen. Dieses Jahr haben wir das verknüpft mit dem Mieterfest. Mieterfest für das Carré hier in der Stauffenbergstraße, Binswangerstraße, in dem wir einfach mit unseren Mietern auch den Abschluss unserer Baumaßnahme feiern wollen und ihnen auch ein bisschen was davon zurückgeben wollen, was sie hier vielleicht in den letzten Jahren auch an Belästigungen und schwierigen Situationen während der Bauzeit hatten. Und wir wollen einfach auch diesen Punkt setzen, dass wir jetzt an dieser Stelle fertig sind. Wir haben hier saniert, wir haben hier ein bisschen was gebaut, wir haben die Eingangssituation neu gestaltet, wir haben die Treppenhäuser neu gemacht und das hat relativ viel Dreck verursacht. Wir haben Stränge rausgeräumt, in denen früher das Gas lief. Hier wird jetzt also nicht mehr gebacken und gekocht mit Gas, sondern mit Strom. Und da wollten wir sagen, vielen Dank für die Geduld, die Sie hier aufgebracht haben und wir laden Sie mal ein und machen mit Ihnen einen schönen Vorweihnachtsabend. Ich habe hier mit zwei, drei Mietern gesprochen, die wirklich Erstbezug hier im Jahre 69, 70, 71 sind, die also seit fast 50 Jahren in ihren Wohnungen wohnen und die wollen hier nicht weg. Die fühlen sich hier wohl, die sind geblieben und die haben das auch teilweise gerne über sich ergehen lassen, weil sie wussten, wenn das fertig ist, haben sie hier auch eine neue Qualität. Mehr Informationen und die Leute, die sind geblieben und die öffentliche Akte. Das ist das, was sie immer mehr als viele Daunte. Vielen Dank.